Wir sind jetzt hier in der Talstation und fahren gleich mit der Merkur-Bergbahn in Baden-Baden hoch auf den Merkur. Ja, es ist eine der ältesten und steilsten Bergbahnen Deutschlands und wenn wir Glück haben und die Wetterlage gut ist, können wir sogar bis in Vivogesen schauen, hat man uns gesagt. Wir prüfen das. Nur circa fünf Minuten dauert die Fahrt zur Bergstation und belohnt uns mit einem grandiosen Ausblick. Aber wir wollen noch mehr, also auf zum Aussichtsturm. Sarah, lauf! Der Turm wurde 1837 erbaut und später mehrmals modernisiert. Heute dient er außerdem als Senderanlage für Rundfunk und Fernsehen. Uns interessiert jetzt aber mal die echte Fernsicht. So, wir sind fast ganz oben und wir können jetzt schon die Wurgesen sehen. Noch ein paar Treppenstufen und wir sind ganz oben. Wow! Was ein tolles Gefühl und ein traumhafter Ausblick auf Baden-Baden und den Schwarzwald. Unser Tipp? Von hier oben könnt ihr die schönsten Sonnenuntergänge genießen. Wir kommen wieder und ihr hoffentlich auch.